Ja, grüß euch gut. Das sind jetzt ein paar Gedichte von mir. Ich habe mir gedacht, die letzten paar Jahre habe ich mir vor mir hingeschrieben. Eigentlich bin ich ja ein Musikant, aber was tue ich mit den Gedichten? Jetzt habe ich es auf einem Platten aufgenommen mit ein paar Mieter im Dorf. Die sitzen da draus, das Kind sind jetzt nicht fürchten, die nehmen das auf. Der Pflug und der Ronny. Und wir wünschen euch jetzt natürlich ganz viel Vergnügen auf meine ersten Gedichte-CD. Kommt auch ein Buch oft dazu raus, das könnt ihr euch auch noch dann irgendwo besorgen. Also viel Spaß jetzt. Jetzt geht's gleich los. Verzwickte Welt heißt die CD.